Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Da extrem viele von euch danach gefragt haben, möchte ich heute noch ein Benchmark-Video zum Huawei P20 Lite nachliefern. Dafür vergleichen wir es mit dem ZTE Blade V9 und dem Honor 9 Lite. Auf den ersten Blick etwas unfair, weil die 30 preistechnisch momentan doch etwas unterscheiden, also die beiden jetzt eher weniger, aber das P20 Lite ist schon eine Ecke teurer. Aber langfristig sehe ich vor allem das P20 Lite und das Blade V9 auf einem ziemlich ähnlichen Preisniveau und das Honor 9 Lite passt da auch ganz gut dazu, weil es den gleichen Prozessor wie das P20 Lite hat und generell doch ziemlich ähnlich ausgestattet ist, obwohl es natürlich eine ganze Ecke günstiger ist. Vorab das übliche, ich habe natürlich alle drei eben neu hochgefahren und wir haben keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das schnell. Alle sind natürlich im gleichen WLAN, also die Bedingungen sind wirklich identisch und am Ende werden wir dann wie immer noch messen, wie warm die Geräte denn so geworden sind. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Geekbench 4 Benchmark. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch auf keinem dieser Smartphones hier durchlaufen lassen. Accept, seht ihr jetzt auch gleich nochmal hier an dieser Meldung, dann seht ihr hier gleich mal die wichtigsten technischen Daten, gehe ich aber gleich eh alle nochmal durch. Wir klicken auch hier nochmal auf Accept und dann würde ich sagen, starten wir Run CPU Benchmark, Run CPU Benchmark, Run CPU Benchmark. Vielleicht ein paar Worte zu den verbauten Prozessoren. Das ist wie gesagt beim Huawei P20 Lite und beim Honor 9 Lite exakt der gleiche. Das ist der HiSilicon Kirin 659, entschuldigt. Das ist ein Octa-Core Hauseigen von Huawei mit maximal 2,36 GHz. Hier haben wir 4 GB RAM, hier haben wir nur 3 GB RAM. Aber ihr seht schon daran, dass die beiden, ja gut, sie liegen zeitlich ja gar nicht so weit auseinander. Ich glaube das Honor 9 Lite ist im Februar gekommen, das hier jetzt eben im März bzw. April. Aber trotzdem der Silicon Kirin 659 ist im Prinzip ein Prozessor vom letzten Jahr, wird jetzt allerdings trotzdem noch verbaut, weil es meines Wissens einfach immer noch der aktuellste, der stärkste Mittelklasse-Prozessor von Huawei ist. Naja, kann man von halten, was man möchte. Hier beim ZTE Blade V9 vielleicht noch interessanter. Da haben wir nämlich den Qualcomm Snapdragon 450. Das ist ebenfalls ein Octa-Core, allerdings mit maximal 1,8 GHz und 3 GB RAM. Und rein so auf dem Papier ist der definitiv hinter dem Kirin 659 anzusiedeln. Das ist auch das, was ich so unter dem Unboxing vom Blade V9 am häufigsten gelesen habe. Der Prozessor ist zu schwach für 269 Euro UVP. Der Meinung bin ich ehrlich gesagt eigentlich auch. Deshalb bin ich jetzt mal ziemlich auf die Werte hier gespannt. Wir haben hier jetzt noch 27% bzw. da sogar nur 25%. Ich bin gleich still. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Schaut euch bitte auch die Displays gut an. Ich finde nämlich, dass das vom ZTE Blade V9 ein Gelbstich ist, vielleicht noch übertrieben, aber viel zu warm kalibriert ist. Das hier gefällt mir am besten. Also das vom P20 Lite und dann kommt das vom Honor 9 Lite. Dem fehlt ein bisschen so Kontrast. Das haben sie beim P20 Lite besser hinbekommen. Aber wie gesagt, hier beim ZTE Blade V9 vermisse ich einfach einen etwas besseren Weiswert. Soviel dazu. Zu den Displays komme ich gleich nochmal. Jetzt bin ich still. Wir spulen mal vor und sehen uns dann gleich mit den Werten wieder. Und jetzt sind alle drei fertig. Relativ zeitgleich. Nur minimale Unterschiede so. Mir ist aufgefallen, es dauert hier schon deutlich länger als bei den ganzen Highend Smartphones, mit denen ich sonst immer Benchmarks mache. Aber gut, das kann man sich natürlich denken. Und dann sind die drei doch näher beieinander als ich dachte. Also bei den beiden ist es natürlich klar. 939 zu 941. 3716 zu 3731. Aber gut, also im Single-Core-Score kann das Blade V9 dann natürlich jetzt nicht so mitteilen. Aber im Multi-Core-Score ist das dann doch schon ziemlich ordentlich. Und der ist meiner Meinung nach wichtiger als der Single-Core-Score. Soviel dazu. Ich denke, das würde immer ein Tutu-Benchmark anders aussehen. Da sollten die beiden hier deutlich besser abschneiden. Aber lassen wir uns mal überraschen. Soviel also zum Geekbench 4-Benchmark. Jetzt schauen wir uns als nächstes den Tutu-Benchmark an. Der läuft jetzt auch schon auf allen drei Smartphones, beziehungsweise sollte dann auch gleich bei allen drei hier beginnen. Und ich bin schon mal gespannt, wo ich jetzt wieder vergessen habe, das Smartphone zu muten. Das könnten fast alle drei sein. Mal schauen. Ja, hier habe ich es auf jeden Fall vergessen. Hier glaube ich nicht. Mal schauen beim Honor 9 Lite. Das ist jetzt aber auch ruhig. Und ich glaube, ihr seht schon, also habt ihr gesehen, wie das eben geleckt hat bei beiden Smartphones und auch beim P20 Lite, als ich die Lautstärke einfach so runtergeschaltet habe. Und schaut euch mal das hier jetzt an. 50 Frames per Second. Ich hoffe, ihr schaut das auch. Nein, irgendeines habe ich hier immer noch vergessen. Das ZTE Blade V9. Okay, jetzt ist es komplett ruhig. Oh, 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 oh. Also das laggt hier jetzt schon auf allen drei Smartphones echt übel. Da sieht man dann mal gut den Unterschied, sage ich jetzt mal, zu den ganzen High-End-Smartphones, wo das mehr oder weniger flüssig abläuft. Naja, das war alles absehbar, aber finde ich jetzt ganz interessant. Da könnte ich jetzt irgendwie keinen Gewinner ausmachen. Und das sieht auf allen drei hier ziemlich, ziemlich laggy aus. Was kann ich euch erzählen? Mit dem P20 Lite bin ich ja schon durch. Mit dem Honor 9 Lite sowieso auch. Deshalb vielleicht ein paar Worte zu meinen bisherigen Eindrücken vom ZTE Blade V9. Da kam ja auch vor kurzem das Unboxing. Was mir bei den beiden hier nicht so gut gefällt, ich habe es im P20 Lite Review schon gesagt, ist die Displayhelligkeit. Das Honor 9 Lite, obwohl es günstiger ist, obwohl es älter ist, hat die bessere Displayhelligkeit. Das etwas hellere Display, ich glaube, das kommt hier auch jetzt im Video ein, vielleicht sogar ein bisschen rüber. Ich habe natürlich alle drei Smartphones auf voller Displayhelligkeit. Das ist mir so aufgefallen. Nur was die Farbwiedergabe angeht, gefällt mir hier das Huawei P20 Lite am besten, auch was die Blickwinkel angeht. Und wie gesagt, beim ZTE Blade V9 ist mir das Display viel zu warm kalibriert. Ich glaube, viele würden da sogar von einem leichten Gelbstich sprechen. Ja, aber da kann das Honor 9 Lite auf jeden Fall gut mithalten. Was mir beim ZTE Blade V9 fast am besten gefällt, ist die Haptik. Im Prinzip haben hier alle drei Smartphones ein recht ähnliches Design. Rückseite ist aus Glas, Rahmen aus Metall, beziehungsweise hier beim Honor 9 Lite ist da Kunststoff drüber. Bei den beiden besteht der Rahmen aus Metall. Trotzdem, das ZTE Blade V9 fühlt sich irgendwie noch mal hochwertig an, noch mal ein bisschen massiver. Also das haben sie wirklich, wirklich gut hinbekommen. Kamera ist Licht und Schatten. Also wie gesagt, bei den beiden hier die Kamera bei guten Lichtbedingungen, okay, das P20 Lite noch mal einen Tick besser als das Honor 9 Lite. Aber also dafür, dass ZTE da so auf die, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also dass sie da so die Werbetrommel rühren und sagen, ey, wir haben so eine geile Low-Light-Performance für 269 Euro. Nein, also die Bilder werden zwar heller als zum Beispiel hier beim P20 Lite, aber die sind dann total verwackelt und unscharf teilweise. Da fehlt halt einfach ein optischer Bildstabilisator, ein größerer Sensor und so weiter. Ich meine, da kann man keine Wunder erwarten, aber wollte ich nur noch mal gesagt haben. Der Prozessor ist natürlich wirklich problematisch. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so gedacht. Ich denke mir immer, solange die Alltags-Performance stimmt, aber jetzt die paar Tage, in denen ich das Ding genutzt habe, hatte ich immer wieder Ruckler. Also das ist schon beim Einrichten hat das schon begonnen so. Einfach immer mal wieder, wenn man in den App-Drawer switcht oder wenn zum Beispiel gerade eine App installiert wird oder runtergeladen wird, hatte ich immer mal wieder so Mikro-Guckler. Da ist die Performance, also bei den beiden ist die Performance hier auch nicht perfekt, aber sie ist auf jeden Fall besser. Was man ZTE natürlich lassen muss, es hat schon Android 8.1, die beiden hier haben noch Android 8.0. Aber trotzdem, naja. Was mir aber auch auffällt, was man ganz ehrlich sagen muss, also das Honor 9 Lite liegt ja momentan bei 229 Euro. Dann gibt es noch eine Cashback-Aktion, wo wir irgendwie effektiv, glaube ich, bei 200 landen. Das P20 Lite kostet über 100 Euro mehr und hat natürlich den gleichen Prozessor. Also klar, es hat mehr Internetspeicher, es hat mehr RAM. Das hat aber zum Beispiel ein Honor 7X auch und das ist trotzdem günstiger. Also hier zahlt man schon sehr, sehr viel fürs Design, für diese schicke Vorderseite mit den schönen dünnen Display-Rändern. Klar, man hat natürlich auch die Notch, aber trotzdem, ich glaube, das sieht man hier auch ganz gut, obwohl alle drei Smartphones relativ ähnlich große Displays haben. Das hier natürlich ein bisschen kleiner und ich glaube, auch Display für 19 5,7 Zoll. Lass es mich anders sagen, obwohl das P20 Lite das größte Display von den dreien hier hat, ist es das handlichste Smartphone. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Ja, man zahlt hier einfach viel fürs Design und dafür, dass die Kamera ein bisschen besser ist, aber das wäre mir, wie ich im Review schon gesagt habe, den Aufpreis nicht wert. Da würde ich einfach abwarten, denn der wird beim P20 Lite bald sinken und dann sehe ich ehrlich gesagt all diese drei Smartphones irgendwo zwischen 200 und 250, 260 Euro vielleicht beim P20 Lite. Bis das bei 250 ist, wird es wahrscheinlich zwei, drei Monate dauern, aber irgendwie, also langfristig gesehen sehe ich die alle drei in einer ähnlichen Preisklasse. Deshalb finde ich den Vergleich auch ganz fair. Das war jetzt interessant, okay, weil wir jetzt eben nochmal 0% hatten, jetzt wieder hoch auf 56. Wir lassen uns überraschen. Ich bin jetzt mal still. Wir haben noch so die Hälfte des Benchmarks vor uns. Das werde ich aber wieder vorspulen und dann sehen wir uns gleich mit den Werten wieder. Okay, hier nochmal ein kleiner Cut. Da gab es jetzt anscheinend irgendwie ein Problem, obwohl hier jetzt immer noch steht, testen Sie. Ich klicke jetzt einfach nochmal auf testen. Wir fangen einfach nochmal von vorne an beim P20 Lite. Das sollte eigentlich schon durchlaufen, weil wie gesagt, es ist kein neuer Prozessor. Warten wir mal ab. Deshalb mache ich sowas ungern immer mit Mittelklasse-Prozessoren. Viele sagen ja immer, das ist komplett uninteressant, weil diese Benchmarks, das kann jedes Smartphone, aber ihr seht schon, was sie hier für Probleme haben. Ja, ich bin wieder still. Wir spulen weiter vor und bekommen dann hoffentlich auch beim P20 Lite ein Ergebnis. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ihr habt es gesehen. Wir haben es jetzt nochmal versucht hier beim P20 Lite. Der Benchmark will einfach nicht durchlaufen. Kann man nichts machen, aber es wäre im Endeffekt eh auch bei diesen 89.471 in etwa gelandet, weil wie gesagt, es ist der gleiche Prozessor wie beim Honor 9 Lite. Aber hier kann das Blade V9 dann ja schon nicht mehr ganz so mithalten. 71.748 Punkte. Ja, ist auch okay, aber für 269 Euro, da bin ich schon auch eurer Meinung, sage ich jetzt einfach mal, also der Meinung von denen, die das unter dem Unboxing kommentiert haben. Da könnte man doch etwas mehr erwarten. So viel also zu meinem To-Do-Benchmark. Zu guter Letzt wollen wir nun wie immer noch im GFX-Benchmark schauen, wie warm die drei Smartphones unter Volllast werden. Ich starte den gleich mal auf allen drei Smartphones. Ihr kennt das Spiel. Den Geräten wird nun etwa 15 bis 20 Minuten alles abverlangt. Wobei, das sind ja Mittelklasse-Smartphones, da könnte es jetzt sogar noch länger dauern. Na, ich bin ja mal gespannt. Ja, wir werden einfach mal schauen, ob der Benchmark auf allen drei Smartphones durchläuft. Also ich sage mal, auf den beiden sollte er eigentlich, aber ich hatte es auch schon ewig nicht mehr, dass der Antutu-Benchmark irgendwo nicht durchlief. Das P20 Lite ist so eine Überraschungspackung. Schauen wir einfach mal. Und wie gesagt, hier kann es jetzt wie immer sehr gut sein, dass die Smartphones unterschiedlich schnell fertig werden, weil nicht jeder Benchmark, also hier laufen ja über 20 unterschiedliche Tests, doch nicht jeder Test ist mit jedem Prozessor, mit jeder GPU kompatibel und so weiter. Aber wir denken jetzt einfach mal positiv, lassen uns überraschen. Ich bin still und wir sehen uns dann wieder, sobald das erste Smartphone fertig ist bzw. nicht durchläuft. Und dann messen wir mal die Wärmeentwicklung nach. Und ich bin tatsächlich überrascht, Nach knapp 20 Minuten lief der Benchmark tatsächlich bei allen Smartphones durch. Hier das Blade 4 9 ist auch gleich fertig. Jetzt messen wir aber erstmal bei den beiden Huawei bzw. Honor Smartphones. Sie haben sich jetzt nicht besonders heiß angefühlt. Wobei hier oben 40 Grad. Okay, wenn ich hier hinfasse, ist es doch etwas wärmer, aber das ist alles nichts Besorgniserregendes. Wir schauen mal hier drüben beim Honor 9 Lite. Das hat sich sogar noch etwas kühler angefühlt, sage ich mal. Und das bestätigt dann hier auch die Messung. Hier sehe ich maximal 38 Grad. Gut, das hat jetzt natürlich auch ein paar Sekunden Zeit zum Abkühlen. Aber alles in allem die beiden wirklich nicht warm. Jetzt stelle ich nochmal kurz scharf und dann solltet ihr sehen, dass auch das ZTE Blade V9 gleich fertig ist. So ist es auch. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ist aber auch nicht besonders warm. Das ist halt immer der Vorteil von diesen schwächeren Prozessoren. Die werden erst gar nicht so warm. Also hier sehe ich jetzt sogar nur 33 Grad. 34, wir gehen mal etwas hoch. 35, also recht viel mehr wird das nicht. Und wenn wir runter gehen, 33, nö. Also da drückt das Gefühl tatsächlich nicht. Das ist auch nicht besonders warm geworden. Hier sehen wir jetzt auch nochmal von vorne alle drei Smartphones nebeneinander. Ihr könnt euch hier auch nochmal die Werte anschauen, wobei ich die immer irgendwie wenig aussagekräftig finde. Aber ich war wirklich positiv überrascht, dass der GFX Benchmark, der eigentlich sonst eben eher der Kandidat ist, dass er nicht durchläuft, auf allen drei Smartphones hier problemlos durchgelaufen ist. Das P20 Lite hat gefühlt die Displayhelligkeit am meisten nach unten geregelt. Kann man aber vielleicht auch dadurch erklären, dass ich da zweimal versucht habe, vorher den Antutu Benchmark durchlaufen zu lassen. Was lässt sich abschließend sagen? Wie zu erwarten war, schlagen sich das Honor 9 Lite und das Huawei P20 Lite trotz etwa 100 Euro Preisunterschied in den aktuellsten Benchmarks relativ ähnlich. Sie sind relativ ähnlich schnell. Schade, dass der Antutu Benchmark hier natürlich nicht durchlief, aber kann man nichts machen. Das Blade V9 hingegen hinkt da doch etwas hinterher. Und wie gesagt, wenn man auch den Preisunterschied zwischen den beiden hier bedenkt, auch bei der UVP, ist das natürlich schon etwas schade. Bei der Wärmeentwicklung schlagen sich alle drei Smartphones super. Keins wird irgendwie besonders heiß. Das mit dem schwächsten Prozessor wird auch am wenigsten heiß, sage ich jetzt mal 32, 33, 34 Grad. Ich glaube, so wenig hatten wir in so einem Video schon lange nicht mehr. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind natürlich alles nur Benchmarks. Wichtiger ist die Alltagsperformance. Wie sich das Blade V9 dar schlägt, das erfahrt ihr dann im Review. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ihr habt eine ungefähre Idee bekommen, was die Prozessoren so imstande sind zu leisten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020